Bei uns zu Hause gab es keine Kunst. Nicht, wie ich sie suchte. Doch darauf komme ich noch zurück. Ganz sicher. Musik war ein hochgeschätztes Gut. Klassische samt Kirchchoräle. Auf einer Aufnahme meines Vaters entdeckte ich als Kind einmal Jazz aus den 60er Jahren. Mein Herz ging auf. Was wurde aus dieser Aufnahme? Keine Museen. Keine Freien. Gar bildende KünstlerInnen. In Deichshausen. Zu denen Kontakt bestand. Wohin? Mit der Kunst. In mir. Zuerst auf Stein. Auf Papier. Bis mir das Malen untersagt wurde. Da ich in diesem, meinem Zustand des Schaffens mit Farben nicht mehr sofort ansprechbar war. Ich kalt als Träumer. Kein böser Wille. Die Not des Unbekannten. Auf die Not der Armut lag der Fokus. Aus dem Kind, was sich in einen Schatten verwandeln konnte, wurde ein schlechter Schüler. Alle in dieser Familie mussten kämpfen. Leiden. Der Vater tot. Träume wie Liebe auf Flügeln. Eben unerreichbar. Das verbitte ich mir. Gott. war immer da. Halleluja. Gott. Dir sei es von Herzen gedankt. Du hast mich als Künstler geschaffen. Aus dem Nichts. Sicher war gar nichts. Bis auf das Vertrauen auf Gott. sicher in der Kunst zu feige mit Anfang 20. Warum? Veronika Pögel riss meine Gedanken auf. Füllte meinen Durst mit Kunst. Die Assistenz der Kunstschule war mein Lohn. Ich spielte mit dem Wind. Das Büro der Performance aus der Schweiz machte sich nach Oldenburg und mit dem Schiff und mit dem Schiff nach Baltrum auf. Monika Günther und Rödi Schill brachten ein Dutzend KünstlerInnen mit und lehrten mich den Ausdruck der Performancekraft. Ich kämpfte und tanzte mit dem Wind. Der Start hatte die Performance-Kunst in dieser Zeit abgeschrieben. Marine Abramowitsch prüfte mich. Die ich nicht einmal kannte. Woher auch? Viermal. Mit Erfolg. Aber 40 Anwärter? Alibaba und die 40 Räuber wollte sie nun wirklich nicht sein. Sie hatte ihre eigene Kunst. Weiter blieb der Markt für Performance-Kunst hart. Zu feige. Sicher meine Examsarbeit über Abramowitsch und Beecroft verfassen. Lieber sicher als Lehrer der Kunst. auch Germanistik und evangelische Theologie. Ein Jahr später den Wind als Freund haben. Eine neue Familie mit KünstlerInnen und Kunstinteressierten den Traumleben. Den Traumleben. Sich als selbstständiger, freier und bildender Multimedialkünstler einen Namen machen. einen Namen sogar schenken lassen. Sicher. Sicher. Heiraten. Sicher. Kunst auf den Markt bringen und mit meinem selbstgewählten Ausdruck sicher. Zum Gefühl, sicher zu sein. Design, Fotografie, Installation und Performance zeigen sich mannigfaltig in meinem aktuellen, wachsenden Kunstspektakel sicher. Sicher. Sozial. Politisch. Sexuell. Kriminell. In meinem Atelier sicher Luxus. Ausstellungen und Interviews garantiert. Bis gleich.